Wie in vielen anderen Schlössern und Burgen soll auch auf der Tecklenburg eine weiße Frau ihr Unwesen getrieben haben. In ein weißes Gewand gehüllt und mit einem Schlüsselbund klirrend erschien sie um Mitternacht zur Geisterstunde, erklommen die steinernen Stufen ihrer feuchten Gruft, durchschritt alle Räume der Burg und versetzte die Bewohner in Angst und Schrecken. Dann wandelte sie über den Burgplatz, durchquerte das Tor und suchte auch das Burgstädtchen Tecklenburg und seine Bürger heim. Wen aber das Schicksal ereilte, der weißen Frau zu begegnen, der musste sterben. Vor vielen hundert Jahren soll sie eine Gräfin von Tecklenburg gewesen sein, deren Seele nach dem Tod keine Ruhe finden konnte, weil ihre sieben Töchter durch die eigene Hand der Mutter sterben mussten. Die schöne junge Gräfin war eine von Stolz und Eitelkeit geprägte Frau, die keine andere Schönheit neben sich duldete. Eines Tages kam eine alte Frau auf die Burg, die sich als Wahrsagerin zu erkennen gab. Die eitle Gräfin ließ sich von dieser Weissagen und die alte Frau las aus geheimnisvollem Zeichen, dass die Gräfin sieben Töchtern das Leben schenken sollte. Diese sollten von besonderer Schönheit sein und alle die Gräfin an Anmut übertreffen. Da erschrak die eitle und stolze Burgherrin, konnte sie doch kein weibliches Wesen neben sich dulden, dass sie ein Liebreiz überflügeln könnte, nicht einmal, wenn es sich um ihre eigene Tochter handelte. Als nun das erste Kind geboren war und der ganze Tecklenburger Hof an die Wiege der mit rosigen Wangen gesegneten Grafentochter trat und die Schönheit des Neugeborenen rühmte, entbrannte in der hoffärtigen Mutter die schmerzhafte Eifersucht. Mit einem weißen Leinenkissen erstickte sie ihr eigenes Kind und beschuldigte die Amme des Mordes. Vier weitere Töchter fanden so ein frühes und grausames Ende. Die beiden letzten Töchter aber ließ die Gräfin am Leben. Als aber auch diese sie an Schönheit übertrafen, schreckte die Gräfin auch vor zwei weiteren Morden nicht zurück. Die Schuld am Tod der beiden Töchter lenkte die böse Gräfin auf eine alte Frau, die angeklagt wurde und unter der grausamen Folter die Tat gestand. Sie wurde auf dem Burghof hingerichtet. Die böse Gräfin aber behielt bis ins hohe Greisenalter eine blühende und anmutige Gestalt. Nach ihrem Tod wurde sie in einer Kapelle tief im Wald begraben. Ihre Seele jedoch war schwarz und hässlich und fand keine Ruhe. Seitdem soll sie zur Geisterstunde durch die Stadt Tecklenburg ziehen. Trifft sie auf ihrem Rundgang eine Frau, so schlägt sie ihr ihre Schlüssel ins Gesicht. Und bis zum nächsten Mondwechsel muss das arme Opfer sterben. Drum, nehmt euch in Acht, ihr Frauen, wenn ihr des Nachts allein im Burgstädtchen unterwegs seid. unterlenkt werden. ... ...